Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist geil Einmal Teabacken und Klickern zum Mitnehmen, bitte Nee, ziehst du nicht die Palette? Kriegst du jetzt den Hit am Arsch? Ach, knapp daneben. Ach, da ist der Clicker White. Ach Gott. Ich hasse euch. Wenn die jetzt schon wieder so anfangen, kann es nicht gut enden. Oh Gott. Ach, wie süß. Jetzt sind sie zu dritt hier. Jetzt sind sie zu dritt hier. Ach Gottchen. Freddy. Du hast zu kurze Griffelchen. Da ist noch eine Palette. So langsam. Oh nee, wieso steht die noch? Die hat auch geschehen. Ist das dein Ernst? Nächste Gin durch. Ja, heil dich vor meiner Nase. So ist richtig. So liebe ich euch. Nancy, geh doch weg. Gut. Schon wieder so eine beschissene Runde mit beschissenen Survivoren. Faszinierend. Was geht in euren Köpfen vor? Weiß keiner. Da halte ich die Cloudette. Das lasse ich nicht zu. Nee. Was ist denn? Kein Plan, wie du hier gelandet bist. Ja, hier ist eine Taschenlampe. Ist mir aber ziemlich egal. Der 3D ist auch noch verletzt. So. Schön. Ich bleib hier jetzt einfach mal stehen. Der Dwight ist ja noch da. Wo ist er denn? Ich kann ihn hören. Da ist er. geliehene Zeit. Es sind wieder alle hier. Warum teabagst du mich jetzt? Hm? Gott, Leute. Was soll denn die Kacke? Ganz ehrlich, was soll das? Was soll das? Ich komme da jetzt rein zu euch. Hier mache ich auch auf. Da ist noch jemand. Hier sind sie ja wieder alle. Weiß, wie schön es. Ja. Wer mich anklickert, bekommt eine drauf. Wo ist er da, Becky? Ach komm, leck mich doch im Arsch, David. Ihr kriegt so die Nötstelle ab. Ich schwör's euch. Das sind genau die, warum ich Nöt mit... Da kommt die Nancy an. Denkst du, ich bin so dämlich und heb den da jetzt auf? Nee, tue ich nicht. Denn du bist da mit der Taschenlack. Und du bist auch noch da. Nancy. Ja, ich slug die jetzt. Haben sie Pech gehabt. Hm. Wer nehme ich denn das erst auf? Dich. Denn hier ist direkt ein Haken. So. Wie schön. So, wo ist er, der? Aha. Das war die Claudette. Auch in Ordnung. Da hinten ist der Dwight. Sag mal, was ist mit euch. Was habt ihr für Probleme? Muss das immer sein? Dass ich so scheiße spielen muss. Als Survivor. Boah. Ich hau dir gleich in die Fresse, David. So, du bleibst mal hübsch hier liegen. Keiner in der Nähe? Okay. Dann ist da vorne ein Haken. Ja, ja. Taschenlacken können an. Hat nichts gebracht. Immer schön nach oben gucken, Leute. Da hinten ist jemand an den Jinn ran. Ist mir aber egal. Da kommt nämlich der Taschenlacken. Buddy hat im Namen. Tja. Die war nicht echt. Hier ist auch ein Haken. So, der Wahnsinnige ist ein Haken gerettet. Dafür hängt jetzt Dwight. Klau das. Die da ist noch echt. Ja, mir ist das gerade so ziemlich egal. Dass da jemand umeiert, ist mir wirklich egal. Harmeem. Ha. Na? Nix da. Du bleibst hier. Ja. Ja, das ist gut. Ja, heil dich vor meiner Nase. So mag es das. Die ist auch down. Perfekt. Klau das bräuchte ich noch. Na? Oh. Oh. Da ist irgendwas gerade verkackt worden. Da ist noch ein. Ist hier noch jemand? Ja. Hier ist er. Der hebt gerade die Leute wieder auf. Finde ich nicht so gut. Ja, perfekt. Perfekt. Tja. Hier ist direkt ein Haken. Leute, das passiert euch. Tja, nach solchen Aktionen braucht ihr euch nicht wundern, wenn der Killer so spielt. In dem Fall ich. Weil es mir nämlich egal ist. Ich sehe da jetzt nicht ein Sinn dahinter, warum ich jetzt nett sein sollte. In dem Zeit. Ja, ja. Funktioniert aber nur einmal, ne? Das weißt du. So. Ja. Hast du auch einen Strike oder so? Ja. Hast du einen Strike. Perfekt. So, komm her. Wo willst du denn hin? Ja, wo willst du hin? Da ist die Cloudette noch. Ja, die ist auch noch echt. Tja. Da hast du dich jetzt überschätzt, ne? So, ihr müsst allgemein noch drei Gens machen. Das einzige, was ihr macht, ist mir am Sender zu gehen. Da kommt wieder jemand an. Ich muss dich enttäuschen. Die ist tot. Glaube ich zumindest, dass das die ist. Geh weg. Ich kann die ja trotzdem aufhängen. Auch wenn du da bist. Komm her. Das ganze geht T-Bagger und so. Ne? Eigentlich würde ich es ja sonst anlegen, dass die die Gens fertig machen. Dass ich sie mit Nöd umklatschen kann. Wir haben T-Bagger nicht gerade. Da oben wieder ein Gin gemacht. Komm raus hier. Nein, schaffst du nicht. Tut mir leid. Es auftut. Cloudette. Wo ist die Olaf? Weißt du, das war vielleicht nicht so klug, was du gerade gemacht hast? Er soll ruhig die Gens durchziehen. Ist mir egal. Wo ist sie? Eigentlich hätte ich gerne den Dwight. Da ist die Luke. Okay. Perfekt. Ja, ja, ich komme schon. Cloudette, ich habe dich gesehen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich wollte nur gucken, ob hier die Luke dann ist. Warum nickst du mich an? Du spielst doch scheiße hoch 10. Bist du selber schuld? Ich meine, ich treffe dich auch nicht die halbe Zeit. Es ist mir aber egal. Abtisch. So. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo der verletzte Dwightie ist. Nicht hier? Okay. Ich kann ihn auch nicht hören. Passen. Nicht, dass er jetzt noch mit der Taschenmumpe hier ankommt. So. Bist du tot? Nein. Das ist gut. Da ist er. Harme. Nee. Du, dich lasse ich jetzt nicht mehr gehen. Das ist dir klar. Äh, äh. Dir kann auch keiner mehr helfen. Die Klaudat hängt sowieso am Haken. Perfekt. Tja, meine Lieben. Seid ihr selber schuld. So sieht's aus. Das ist jetzt Pech. Haben sie ja wirklich rausgefordert, oder? Was sagt ihr? So. Die machen wir noch zu. Danke. Ja. Alle tot. Nice. Ich bin kein einziges Mal in so einem Gym gefordert. Toxische Survivor werden toxisch behandelt. Ist halt so. Haben sie Pech. Sind sie selber schuld. Die Runde war sehr gut von den Punkten her. Double Pip haben wir auch. Und jetzt gucken wir uns noch die Ringe an. Okay. Ringe waren jetzt nicht so. Aber das sagt gerade nichts aus. Denn der Rankress ist ja noch nicht so lange her. Aber das war Dead White. Hat im Nehmen. Entscheidungsschlag. Selbstversorger. Ach Gott. Die haben alle Selbstversorger mit. Außer der. Der hat Unbreakable dabei. Jo. Das war jetzt eine schöne Runde aus meiner Sicht. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne ein Kommentar hier. Oder lasst mir ein Abo da. Da freu ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.